Jeremy Clarkson, eine bekannte Medienpersönlichkeit und ehemalige Top-Gear-Moderatorin, hat es Berichten zufolge geschafft, seinen Job nach Kontroversen um seine Kommentare zu Meghan Markle zu behalten. Nachdem Clarkson im Dezember 2022 für eine Zeitungsspalte, die er über die Herzogin von Sussex schrieb, viel Kritik erhalten hatte, entschuldigte er sich aufrichtig, was anscheinend eine Schlüsselrolle spielte, weil seine Arbeitgeber ihm einen Rettungsring anboten. Berichten zufolge wird der 63-jährige TV-Moderator seine Rolle als Moderator des Programms Wer will Millionär werden, fortsetzen. Eine Quelle bei Stellify, der Produktionsfirma hinter der Show, erklärte, Clarkson hat einen wesentlichen Fehler in seiner Kolumne gemacht, aber was ihn auszeichnete, war seine aufrichtige Entschuldigung danach. Dies stand im Gegensatz zu Persönlichkeiten wie Pierce Morgan, der sich weigerte, seine Bemerkungen über Meghan in der Sendung, Guten Morgen, Großbritannien, aufzugeben. ITV, das für die Übertragung von Wer will Millionär werden, zuständige Sendennetzwerk, verfolgt die Stimmung der Öffentlichkeit und die Reaktionen auf neue Episoden mit Clarkson genau. Ohne eine signifikante negative Reaktion zu finden, wurde die Entscheidung getroffen, ihn als Moderator der Show zu behalten. Laut der Quelle überwacht das ITV die Umstände und Reaktionen der Öffentlichkeit genau. Da sie das Fehlen einer signifikanten negativen Reaktion sahen, beschlossen sie, mit ihm als Moderator fortzufahren. Ein ITV-Sprecher bestätigte die Veranstaltung und sagte, es gibt noch einige brandneue Wer will Millionär werden-Serien, die später in diesem Jahr auf ITV ausgestrahlt werden sollen.